Heidi Klum weiß nicht nur ihren Ehemann Tom Kaulitz um den Finger zu wickeln, sondern auch ihre Millionen von Followern. Auf Instagram heizt sie ihnen fast täglich ordentlich ein. Heidis Instagram-Account ist wirklich verboten heiß. Vor kurzem war sie mit ihrem Tom auf einer Date-Night, wie sie in dem sozialen Netzwerk zeigte. Für ihre Follower präsentierte sie ihre Outfit-Wahl nochmal ganz genau, nämlich mit einem Catwalk. Und da fiel auf, das Orange-Kleid bedeckt sowohl oben als auch unten wirklich nur das Nötigste. Bei dem Dekolleté sollte wirklich nichts verrutschen, denn sonst fallen Hans und Franz raus. Aber auch an anderer Stelle ist das Kleid ziemlich knapp bemessen. Hoffen wir, dass dort alles an Ort und Stelle geblieben ist. Scheinbar ging das Styling ziemlich schnell. Heidis Haare sind noch nass. Diesen Wet-Look findet sicherlich nicht nur Tom super sexy.